Da war schon einer. Dann hab ich. Boah, wie bin ich heute drauf? Mal ganz ehrlich. Ja, das können wir den lassen. Nee, voll drauf. Oh, wir müssen hier... Ich glaube, wenn ich so weit zu kommen, das muss ich, eh. Einmal 25. Da muss nur die Alters liegen. Schon fast 5. Nee, der hat die Alters da liegen lassen. Das ist nix. Nee, nee, hier liegt da wo auch nischt. Dann weiter. Hä? Naja, ein Item muss ein anderer haben, das ist ja klar. Ach, glaub ich. Ach, Kompass. Ach du, dann komm mal was dagegen. Lass uns mit dem hinterherfahren, dann gucken wir dahin. In meine Richtung zumindest, das hab ich schon angeknackt. Fahre doch noch mal hin, aber ich hab da ein Item gesehen. Doch, da... Uhhh. Tja, also jetzt mal. What? Harte. Kapi. Hast du das? Sehr schön. Ja, das ist ein kleines Drogenpackchen. Jetzt liegt sie direkt an der Hauskante. Nice. Bleib von den Krankenwagen, Jungs. Bleib da nicht so stehen. Ja, der bringt so ein bisschen. Genau, schießt drauf und vorbeilaufen, ne? Ja, genau. Hat einer von euch vielleicht ein Upgrade? Was denn Upgrade? Und drauf stehen? Aufs Auto. Ja, Evo. Da kommt er, da kommt er ja noch. Wo ist denn dieses Drogen? Ja, 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 ja. Liegt noch hier. Die kommen, Miss Firefox. Im Vorderrad von dem grünen Pickup. Alter, ein... Oh nein, Mann. Warum wir... Juh, du hast zwar als Sprengkatalysator für Miss Firefox gedient, aber... ...nicht da hinfahren. Wow, Juni, Alter. Was ist denn, ey, ey? Was ist denn, ey, ey? Was ist denn, ey, ey? Fackt meine Schriften bei euch noch. Noch zwei Kills. Würdest du sagen, die haben ein bisschen verkackt? Hm, ich weiß nicht. Da kommt der nächste. Meist Firefox. Die MS Firefox. Vorsicht, weg, weg, weg von dem Auto. Nicht auf Autos stehen bleiben. Und wieder einer. Nie auf Autos stehen bleiben, bitte. Ich habe einen Intektor zu bekommen. Komm, zeig dich mit deinem Häckchen. Los, ich treffe, der vorne ist ja noch. Den siehst du manchmal durch die Tür. Oh, ja. So, Leute. Ich glaube, das ist unsere Runde. Nee, du schaffst hier noch Meter in unter 20 Sekunden, wenn du ordentlich fährst. Da kommt der nächste. Ich glaube, der wusste erst nicht. Nee. Ich glaube, der hat damit nicht gerechnet. Ich glaube, der hat damit nicht gerechnet. Hebo, kannst du meine Karre dann gleich mal näher ran fahren, irgendwie? Ja, warte. Kannst du einschlagen? Das ist ja alle gerade. Oh. Ich sehe. Okay. 50 Sekunden, ja, das werden wir nicht mehr schaffen. Das schaffen wir. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen. 500 Meter. Wie lange braucht man ungefähr für? Nicht lange, das ist das Problem. Also trotzdem wachsam bleiben. Das werden die nicht mehr hinkriegen. Das sind ja keine Autos. Die müssen alle umholzen, dann einsammeln, wieder einschreiten. Oh, Security Truck. Buh, tut das. Ja, so. Oha, Du ein Schwalmensch. Aha, verkackt! In der Halle. Genau, jetzt kommt der Rest der Mensch. Lauf mal bis die Halle. ich treffe die ersten vier Schuss ohne Problem und dann geht jeder daneben wirklich jeder einzeln ist ja ein Nebengang ey jetzt hier wird sie uns drunter und mann wo ist sie wo ist sie ist sie ich bin für fünf ich will auch füllen Munition wir stehen ja jetzt so und jetzt haben wir den Forster gekillt genau kill mich du Affe Trinken sie sich auf. Es gibt echt noch Holcups in dieser Provinz. Weg, 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 weg! Sehr geil. Wieso kannst du dein Fahrzeug bescheiden? Weil ich für fünf bin froh davon gemäß. Ich bin auf dem Klimmfeld. Trotzdem habe ich das sogar noch. Wenn sie starten eben nach. Dann sag dir nicht auf hier. Geh in den Panzertag am besten, ne? Das ist aber bescheid nicht. Ihr mischt oft Panzer, äh, in Panzern hier fahren, hier wird oft Panzern hier fahren. Ja, oft falsche Richtung. Ja, ja. Was? Bei uns, die Navier. Ja. 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 Das heißt, die springt runter. Wir überleben. Oh, verdammt. Ja, du machst was und... Jetzt, komm, Vorsicht, komm, komm, komm. Dann kommt der Nächste. Ja. Ja, perfekt. Das tut der sich nicht freiwillig an. Der kommt zurück. Der dreht auf. Ich glaube, wenn der hier gegen den Fallen wäre, der wäre so weit weggeflogen. Ja. Alter, ey. Für uns, für uns, für uns, zwei Leute im Mosfet. Ach, ist ja unser Ziel. Uh. Meint, ich geht noch, aber nicht. Nö, nur nicht. Aber bleib mal im Stehen, weil wir im Stehen. Hinter dir. Wie die überall sind, ne? Mal ohne Witz jetzt, ey. Oh, Armin da, da wieder. Was kriegst du eigentlich für Gelder, oder? Ja, okay. Wir fielen immer 10, 15. Okay. Oh, ich bin 10, ich brauche nicht viel gemacht, oder? Oh, ja, du musst den... Ah, du hast bestimmt den in Forza angeschossen. Ah, okay. So, Joker, aber in Osma, Armin da hat nur Osma. Ah, sehr nervig. Oh, bleib mal stehen, der kann ich nahladen in deinem Wagen. Wenn dich schimpft draufsteht. Nö. Da, ich danke, brauchst du zum Hacken? Oh, Hacken ist sehr lang. Der Kulturs, der Kulturs. Jetzt dich hängenbleiben. Aber langsam langsam. Ja, ich denke, jetzt denke ich schon. Nur, machen die nicht wirklich. Ach, komm, zwei goldene. Ja, aber ihr Silberner ist höher als unsere beiden zusammenfasst. Du, ich sag... Naja... 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 Und wenn du dich in den Arsch gerettet hast, hättest du dir voll die Fresse geballert. Ich bin Hubschrauber. Sag du mal. Neu, haben die den... Ach ne... Ach, nochmal Backup. Die hat Altbebron um neu zu rufen. Die kommen im Norden und... Ach, da ist es ihnen. Werfen denn mal die Typen? Werfen denn mal die Typen? Nein, der kommt schon. Dreiviertel. Und 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 und... Ruhig! Innenrücken! Ja, ich hab ihn fast getötet. Ich musste grad nachschlafen. Aber die ist hier hinter uns, Nordwesten. Ja... Amindada hat nun nichts mehr in den Dach gesetzt. Brauch ich alles gar nicht. Scheiß runtergefallen. Yeah! Boah, jetzt wollte ich grad einen Final Shot machen. Umdrehen. Jetzt. Gummim. Dieser Wagen ist im Rückpass ganz so behindert, ne? Gas, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Das sind denn echt schiefig. Boah! Boah! Perfekt. So in der Knappe. Oh, das ist schon einer. Oh, das ist schon einer. Oh, das ist schon einer. Schleuderzimmer, das ist schon einer. Ja, komm, Junge! Weig ich doch so um aufs Dach ist schon einer. Ja, und der Osmar, euer Mann. Mann! Wo ist der auch auf dem Dach? Ja, auf dem anderen. Also, der ist wahrscheinlich hinter der Wand dann. Ja, ich erwähne. Ja, ich erwähne. Kann ich den. Mach du weiter. Da drüben am Lüftungsschacht, Draver! Hä? Oh! Oh! Osmar! Boah, ist das ein Dämme gewesen! Oh, ne Witz! Oh, nice! Oh! Oh, ich hab noch einen Kopf. Ich kann mir eins in die Hand nehmen. Schmeiß runter! Ich kann's dir sehr nah an. Ich nehm den Panzerwagen hier. Das mit dem runterwerfen war das so eine Sache, würde ich mal sagen. Nee! Panzerwagen kommt. Das ist runter. So, das letzte läuft ihr zu Revo. Lauft ihr zu Revo. Ich pack das alles hinten rein erst mal. Dann brauchen wir noch einen anderen, einen Van oder sowas. Äh, zur Ablenkung. Fahrt ins Band. Ja, warte. Du komm, ich komm. Doch, ja, schon. Ich hab'n Van. Warte, ich hol'n Van. Der Van muss vorfahren. Ja. Ja, ja. Der Sportwagen hinten dran. Weil's wir stärker gucken. Aber fahr nicht mit rein. Wenn was schief geht, dann sind wir alle tot. Dann bleib du ein bisschen im Abstand zum... Das ist... Boah, das ist ein sehr offener Spot. So wie's aussieht. Ja, wie, wo steht der denn? Oder? Ja, das ist da hinten beim Kanal, glaub' ich. War ja natürlich lustig, wenn das auch ein Panzerwagen kommt. Naja, egal. Ja, ja, dann bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich fahr zurück, hol den. Ach guck mal, jetzt haben sie... Zwei haben sie schon gekickt. Und jetzt haben sie eine goldene Auka bekommen. Wollen wir kicken, damit man bessere bekommt. Das soll dann mal schon so... Der, den ich gefahren bin, der wird vielleicht schnell kaputt gehen. Lass mich auch wenigstens kurz noch reparieren. Ja, ja. Mach ich auch. Einen Shot will ich aushalten. Ja, ich auch. Einen... Ich wüsste, dass er... Mal alles wegdrücken, ne? Aber der ist ja super offen der Spot, aber... Da haben wir ja keine Chance uns zu stoppen. Okay, ich werde losgehen. Wollen los. Jetzt wirst du noch auf den Schossel? Ja, das ist die Schossel. Fahr auf hinzu, fahr auf hinzu! Einfahren. Dann heben! Verdammt! Verdammt! Da. Ja. Yeses. Sind wir mal. Hier. Hier die Schossel. Oh, diese blöde Joker! Der ist jetzt welcher, Martin. Wir machen für euch! 2 Stück 2 Stück Ist ja schön Oh hab ich schon noch FUUUCK MANN Bringen wir das hier Oh hinter uns Ta, wie sieht es an mit der OP Ist ja auch ein Spaßvorge Ja ich will sagen wir bringen das hoch Jaja, wollt ich grad sagen SCHEIICE, ÄÄ HAIYEYEYEYEYEYEYEYE Ohn Schutz Ja, ich lauf minimal schnell als du Ja, aber auf die kurze Strecke, wenn du das über eine längere Strecke machst, bist du weg, ne? Ja, stimmt. Ach, jetzt kann man hier eine Mission anleihen, ist ja ein Luxus. Ja! Das ist ja ein Luxus. Da unten sind sie. Wow! Hier fliegt schon irgendwie eine Rakete rum. Haha! Die sind unten drin, ne? Kein Problem, ich lauf hinterher. Die einen kommen, gehe ich fahren. Ich steck das dritten aus. Komm, komm! Gut, gut, gut! Wir kommen! Ja. Zwei im Treppenhaus. Wow, das war grad voll lenkig. Komm ums Eck, ich mach dir nen Hit, jemand. Das ist ja ein Eis, Wolf. Was ist der Torhauten? Nee, nee, Bambiade. Renn da nicht runter mit deinem O-Bär, der hat ne OK, Alter. Ja, okay. Ich hab gedacht, der will hin, deswegen. Hat einen Hit. Oh, fuck! Da ist noch einer. Hallo, ja. Na, nicht ne Waffe, ne? Na, nicht ne Waffe, ne? Ja, da mit deiner Perkmate natürlich. Na, nicht ne Waffe, ne? Ja, ne Secondary. Die kicken hier die ganzen Leute. Die ist so teuer. Die ist so teuer. Die ist so teuer. Weg, weg, ist weg. Nice. Jules aufpassen, dort der an der Ecke. Die können ja nicht über den Highway, wenn die da spawnen, dann springen die da rein, so wie... Ach, ne, Rebo ist hier spawnen, Jules. Aber der ist ja auch irgendwo in der Instanz. Müsste nicht mehr zu sein. Einmal, äh, Headhunter, hier du ans Treppenhaus. Ich gucke mir. Aber nicht so, dass sie dich sehen, ne? Musst du aufpassen. So, jetzt bin ich richtig positioniert. Naja, aber mal den Eckentest. Im T, ich seh sie nicht mehr. Also, mit der Urka. Osmo! Osmo, scheiße. Wo ein Treppenhaus? Ja, drin, der ist drin. Da mir auch. Da hat der vollen Hit gegeben, ey. Scheiße, hab ich mich erschrocken, ey. Mit deiner kacken Ahnung kannst du mich mal, Alter. Ich hab den Oka-Typen unten geholt. Ich hab den Ahnung. Hild. Ah, ich bin down! Joker ist oben. Geh zum Eintem, geh zum Eintem, geh zum Eintem, geh zum Eintem. Ist ja schon gut. Das sind sich dann neu, Alter. Wie viele Leute, die sich reinholen. Krass. Allein dafür sollte man sich schon rausschmeißen. Hm. Boah. Die kommen von Osten. Ja, die kommen von Osten rein. Doll, der hackt. Passt. Ja, ich stand ganz da am dicht beim... Äh, Treppenhaus kommt Amin Dada. Mich weg. Treppenhaus kommt Amin Dada. Schüttmann, wieder mich am... Was ein Schwichzer, ey. Ohne Witze, er hat nachgedacht, passt auf. Ey, so eine Osmar, ähm... Kugel Krass, ist doch übelst teuer, oder nicht? Ne, Rakete. Na, genau. Ich stand halt ganz woanders. Noo, ich hab das nicht gecheckt, hat der Vogel. Oh, hier, Wolf, Alter, MBB, was geht denn? Ich hab das nicht gecheckt, hat er?